Die drei größten Trends, wie du vor allem als Anfänger mit deiner eigenen Social-Media-Agentur 222 10.000 Euro und mehr im Monat verdienst, erfährst du hier in diesem Video. Starten wir direkt los, denn das Spannendste ist, dass sich jedes Jahr eine ganze Menge neue Dinge neu entwickeln, neu verändern, neu dazukommen oder neu verschwinden, wie auch immer. Und das bietet immer geniale Chancen und Möglichkeiten, sowohl für Menschen, die bereits dieses Geschäft ausüben, als auch für Menschen, die neu dazustoßen. Und 2022 wird es wieder ein neues Rekordjahr von Menschen, die sich dazu entscheiden, ihre eigene Selbstständigkeit zu starten, damit zu beginnen und sich hoffentlich auch für das Thema Social-Media-Agentur-Business interessieren. Ansonsten hättest du nicht auf dieses Video geklickt und ich werde jetzt die drei Punkte verraten. Starten wir mit dem allerersten. Ein großer Trend, der aber schon vorher da war so ein bisschen, ist das Thema E-Commerce. Heißt, zu Beginn haben die meisten angefangen, das Thema Lead-Generierung zu machen für Unternehmen oder Direktverkäufe für Unternehmen. Das heißt, sie haben Online-Funnel und Sales-Funnel aufgesetzt. Das bedeutet, diverse Seiten abfolgen und haben darauf Werbung mit Facebook geschickt im Regelfall oder mit Google-Suchanzeigen und haben dann Direktverkäufe gemacht oder eben Leads generiert. Also Leads sind Kontaktadressen, Kontaktdaten. Zum Beispiel für Fitnessstudios, für IT-Unternehmen, für Restaurants etc. So, jetzt ging es dann los, dass immer mehr da draußen angefangen haben mit Dropshipping. Also heißt konkret, sie haben angefangen, sich Produkte bei Alibaba zu holen, zu bestellen, haben diese dann nachher hier in Deutschland teurer weiterverkauft und haben dann damit ihre Profite gemacht. Dann sind 2020 war es, glaube ich. Da kam die große Wende 2020 oder 2021, ich habe es nicht genau im Kopf, wo die Zölle erhöht wurden. Also das heißt, alle Produkte, die aus dem Ausland, vor allem aus dem asiatischen Ausland hierher importiert wurden, nach Deutschland oder ähnliches, waren horrende Zölle, was ganz vielen Leuten das Dropshipping-Business kaputt gemacht hat. Parallel dazu auch das Wachstum so ein bisschen von Facebook, wo Facebook immer höhere Preise abgerufen hat, hat auch noch mit eingespielt, was ganz vielen Dropshippern das Business kaputt gemacht hat, weil sie nicht mehr genug Marge hatten, um das zu bewerben. Was dazu geführt hat, dass viele Leute da draußen jetzt unterwegs waren, die extremes E-Commerce-Wissen haben, also ganz genau wissen, wie setze ich einen Store mit Shopify auf, wie schalte ich die Facebook-Werbung, wie müssen die Creative sein, wie finde ich die passenden Zielgruppen und so weiter. Und die jetzt alle ein neues Geschäftsmodell gesucht haben. Und dieses Geschäftsmodell, wer hätte es gedacht, etwas, was man selbst schon erfolgreich gemacht hat, anderen Menschen entweder beibringen oder es für andere umsetzen. Und die schlauen Köpfe da draußen haben angefangen, für kleine, mittlere und noch große Unternehmen Online-Shops aufzusetzen oder bestehenden Online-Shops dabei zu helfen, schneller und besser zu wachsen. Also E-Commerce ist weiter am Boomen, dank Corona, mit Corona. Und es wird nach wie vor so bleiben und es wird immer mehr und immer mehr Geld, was offline ausgegeben wird, also im realen Handel, wenn du jetzt in Galeria Kaufhof gehst, etc., zum Online-Handel rüberwachsen. Und Online-Händler sind auch die größten Gewinner und vor allem deutsche Online-Händler räumen in letzter Zeit auch richtig ab. Das bedeutet für dich, wenn du dich mit E-Commerce auskennst oder E-Commerce lernen möchtest, dann solltest du diesen Trend auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren und hast jetzt noch die Möglichkeit, dich da richtig gut zu positionieren und eben Unternehmen dabei zu helfen, eigene Stores aufzubauen oder bestehende Stores zu optimieren, zu verbessern und vor allem dann mit Werbung dafür zu sorgen, dass es da richtig rund geht. Heißt nicht, dass Lead-Generierung nicht funktioniert. Funktioniert immer noch wunderbar, aber das ist ein Trend, der weiterhin noch viel größer wird. Lead-Generierung natürlich auch, aber E-Commerce wächst in meinen Augen ein bisschen schneller, ein bisschen zackiger und ist auch für viele, die sich selbstständig machen, ein einfacherer Weg, weil sie gar nicht mit Menschen reden möchten. Sie möchten gar nicht mit Menschen Kontakt stehen und kommunizieren groß, während es beim Thema Lead-Generierung ja immer darum geht, du generierst einen Kontakt und mit dem musst du jetzt telefonieren oder dich treffen. In einem Online-Shop setzt du auf, hast ein Produkt, schickst Werbung darauf, Menschen kaufen das, man hat sich nie gesehen, man weiß gar nicht, wer ist denn der Mensch, der überhaupt dahinter steckt. Okay, kommen wir zu Trend Nummero Duo. Trend Nummer 2 ist YouTube-Ads. YouTube-Ads heißt, dass du Werbung anfängst auf YouTube zu schalten. Video ist immer beliebter, wird immer beliebter und vor allem YouTube hat das auch geschafft, eine richtig tolle Plattform zu schaffen, wo du zum Beispiel in bestimmten Werbeformaten erst dann zahlst, wenn jemand klickt oder nach 30 Sekunden sich, oder sich das Video mindestens 30 Sekunden anguckt, wo du viel günstiger Menschen erreichst als bei Facebook, bis zu zehnmal günstiger sogar als bei Facebook. Heißt, mit dem gleichen Geld kannst du statt einen Menschen zehn Menschen erreichen, also Facebook einen Menschen, YouTube zehn Menschen. Ergo, bessere Brand, mehr für dein Geld. Hinten raus auch mehr Leute, die kaufen oder die sich eintragen und so weiter. Das heißt, YouTube ist ein ganz, ganz großer Trend, auf den die meisten noch nicht aufspringen, weil sie in meinen Augen einfach, ich weiß nicht, mir fällt kein Wort ein, ohne diesen Menschen irgendwas zu unterstellen, was ihre Intelligenz angeht oder betrifft. Aber jeder einzelne Unternehmer da draußen, der YouTube jetzt für sich nicht ausprobiert und es nicht macht, sorry, du verschläfst einfach massiv was. Weil Facebooks Preise sind viel zu horrend. Facebook nervt einfach, weil die sperren ständig Seiten, die sperren ständig Werbekonten. Das iOS 14 Update ist einfach nur ein absoluter Horror. Viel Thema mit dem Datenschutz, viel Thema mit, was darfst du auf Seiten schreiben, was darfst du hier sagen, was darfst du da sagen. Also, verstehe mich richtig, wir bringen Facebook immer noch bei. Facebook trägt auch einen großen Teil immer noch für viele Agenturen und auch für uns dazu bei, dass wir geniale Erfolge haben. Nichtsdestotrotz sollte man den Trend YouTube-Ads nicht verschlafen und sich einfach eine gewisse Unabhängigkeit davon aufbauen. Und die wenigsten Agenturen da draußen kennen YouTube-Ads, verstehen YouTube-Ads und wissen, wie es geht. Weiß kaum einer, wir haben auch das erste richtige geile Training da draußen rausgebracht zu YouTube-Ads. Das ist Addon YouTube mit Erik und Max zusammen. Und ja, da solltest du vor allem als Agentur oder auch wenn du gerade anfangen willst, unbedingt in deinem Portfolio als Skill mit aufnehmen. Und der dritte Trend, der sich in meinen Augen abzeichnet, ist Mitarbeitergewinnung. Und Mitarbeitergewinnung war schon letztes Jahr ein großes Thema und auch das Jahr davor. Aber nichtsdestotrotz, viele Agenturen starten damit, weil ich merke selber, es ist super einfach. Und das ist das, was ich auch meinen Mentees empfehle. Es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige Berufe, wo du es, sage ich mal, relativ hart hast, diese Stelle zu besetzen, weil es an einem Umkreis liegt, am Employer-Branding und an diversen anderen Faktoren. Einfach auch, dass der Job viel zu spezifisch ist, viel zu wenig Leute den ausüben und dann wird in einem Umkreis von 50 Kilometern um ein Dorf gesucht. Und das ist dann natürlich knifflig, da irgendwie einen Steuerberater oder einen Steuerfachangestellten zu finden. Aber nichtsdestotrotz ist Mitarbeitergewinnung super einfach, super schnell aufzusetzen. Das heißt, du kriegst es schnell hin als Anfänger, das umzusetzen, es zu verkaufen. Es ist ein großer Bedarf da und dein Kunde ist hinten raus nachher auch sehr glücklich. Deshalb ist das eigentlich der dritte größte Trend, wo ich die drei einfachsten Einstiegsmöglichkeiten sehe, um vor allem entweder als Anfänger oder auch als bestehende Agentur damit 10.000 Euro im Monat und auch mehr zu verdienen pro Dienstleistung, wenn du das mit in deinem Portfolio aufnimmst oder damit anfängst. Fassen wir zusammen E-Commerce, YouTube-Ads und Mitarbeitergewinnung. In diesem Sinne, wenn du all diese Dinge lernen möchtest und noch viel mehr, dann klick unten auf den Link in der Beschreibung. Dort kannst du dir unser kostenloses Online-Training anschauen, indem wir dir unsere drei exakten Schritte verraten, wie wir Firmen dazu bekommen, uns 1.500 bis 4.000 Euro pro Monat zu bezahlen. Dafür, dass wir einen Social-Media-Auftritt managen. Das ohne Erfahrung, Mitarbeiter oder großes Startkapital zu benötigen. 90 Minuten purer Content, 30 Minuten Frage und Antworten, über 1.000 Fallbeispiele von Menschen, denen wir dabei geholfen haben, aus dem Hamsterrad auszubrechen, 6- bis 7-stellig im Jahr zu verdienen und dein Leben in kompletter zeitlicher, geografischer und finanzieller Unabhängigkeit zu führen. Wenn du das auch für dich möchtest, dann klick unten auf den Link und hol dir kostenlos die Informationen. Danach kannst du dich bewerben auf dem Gespräch mit uns, um herauszufinden, ob du mit uns zusammenarbeiten kannst und Teil der Webuild Brands Community wirst und vor allem einer dieser drei Trends oder auch alle drei auf einmal bei uns lernst und von uns begleitet wirst, das Ganze umzusetzen. In diesem Sinne, gib dem Video einen Daumen nach oben, nicht dem Daumen ein Video. Schreib unten in die Kommentare einmal, wie es dir gefallen hat, was du bereits davon machst, was du davon machen möchtest. Teil das mit jemandem, der es unbedingt erfahren möchte oder muss. Mach ein Foto von einem Video, poste es auf Instagram und markiere mich. Und ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Abonnieren nicht vergessen, Glocke setzen. Dein Nick, bis dann. Ciao. Dein Nick, bis dann.